Wo kommt das wieder mit Walter Ginter? Einige, wie ich drehe, dann habe ich ein Video gemerkt, was richtig geschickt wird, und ich habe ihn informiert über eine Anstände von Walter Ginter und wo neuerlich ein Halt-Operation fehlen wird. Nur von daher haben sich ein paar Dinge geändert. In diesem Video wurde ich gleich in den Klimaes gemerkt, dann wurde er wieder mit Walter, und er wurde das mit der Ankastung zu sagen, das alle Oktober zu tun. Walter hat dann seine Operation geholt und sind nach den nächsten September. Und mit dem sind nach so aus, dann haben wir eine Nachricht gekriegt, von woher wir mit ihm ausgefahren. Und es sah sich so aus, dass wir die Nachricht bekommen, wie viel Bete aus, was die meisten Menschen haben erwartet. Und so wird seine Frau wiedergekommen mit Walter. Und ich habe gleich noch ein Klimaes gemerkt, von woher ein neues Städt mit Walter, in dem sie gesündet hat. Das ist dann noch von dem 23. September. Das wurde mir dann von Chihuahua dazu geschickt. Der Doktor sagt, den seine Körper nahm sehr gut an der Operation, die er hatte. Er will von dem nicht sein, wird von der Schläfe am Rücken nehmen, und bei der er kann sich wieder sein. Der Doktor, der er hatte, wurde von Walter seine Halt und wurde von dem nicht eingeschränkt. Der Doktor stöhnt sich über, wo er sich in seiner Halt verholt hat, und wo er sich in eine frische Form bekommen hat. So hier habe ich ein Bild, wo er kann sein, wo er wir, und wo er dann nicht auch essen kann. Und er hat Walter nicht noch einmal einen Schlup, und er braucht nicht viel mehr Medizin, um ihn zu machen. Und wenn er diese Schleidung zurücknimmt, wenn er von Bern nicht bladet wird, dann ist er zuerst möglich, so dass er den 24. September vielleicht von der Therapie rührt, in einer gewöhnlichen Stufen dann nennen. Und wenn alles wieder so gut geht, dann ist das sehr möglich, dass Walter, wo er von uns in der Nacht oder morgens nach, nur noch nach Hause geht. Und dann wird er, wie kann er dann sehr boosig werden, oder wird er sehr schön sein. Die wollen nun sagen, zagen, gestalten und alle abzuwarten, und hoffentlich, dann bei morgen, so bei den 24. Uhr, wird die Fläge auch schon abzuwarten sein. So das ist, wo er das mit arm und physisch, und wo er das dann auch mit der die Finanzielle sieht, von der Ola. Weil viele Menschen, einzelne Menschen, Kroaten, Wirtschaften, viele Menschen, haben hier sehr viel geführt, und die haben viel gehaubt, in die Finanzielle ankosten zu beturen. Aber so wird, dass es dort von dem steht, dass der Schuld ab 922, diesen Preis, und das wird der Ola's Haft gekostet, aber so wird. Aber der nächste Poitier wird auch noch ein kleines Geherrscher gehen, über das, wo er das von der Ola. Wo viel es betrifft, so wird der Nähneckung, oder 621,700, und 621, bei so einem Nähneckung, er Nähneckung. Das ist dann, durch GoFundMe, und noch nach Bezid, persönlich, von Menschen, und von Kroaten, was gejieft hat. So Menschen haben gejieft, Menschen haben sehr gejieft, mir kommt das sehr gut für, wo sie haben gejieft, in diese Umstände. So, wo das erste Luton der, oder, was fehlt noch der Betulung, kriegt nur erst 200 Tage, durch diesen Preis, wo du dann noch schuld es. So, das erste Teil wird also betult, und bei der ersten Nacht, wo du fehlt noch der Betulung. So, wenn du das gleiche, mit der Hauptmöglichkeit mit dieser Ankastung wieder, wenn du dir weißt, wo das steht, dann kann ich das wieder tun, durch die GoFundMe, was für Walter gemerkt ist, oder wenn du das gleiche, persönlich, zu geben irgendwoher, dann schrieb nur diese WhatsApp-Nummer, die hier auch gejieft ist, das ist die QR-WhatsApp-Nummer, und dann schrieb eine Mensage, das ist nicht im Fuhn, Fuhn schafft nicht, wobei, ihr könnt eine WhatsApp-Message dann schicken, und dann könnt ihr irgendwas bereden, wo die Wundlechen irgendwo mitzuhalten. Aber ebenso, wer wir wieder bereden für diese Anstände, wer wir auch Gott danken, der das soviel je kaum ist, und vielen Dank schön auch, für all die, die in unseren Städten danken.